Die russische Sloop ist am sinken. Zum Glück schießt er jetzt langsam rigoros daneben. Ups, jetzt habe ich ihn abgewürgt. Also hier, ne? Seefahrer-Nationen hier, Preußen und so, ne? Auch jetzt, der kann doch nicht so lange schwimmen. Ist doch nur noch ein Crew-Kübel auf Rädern da. Und Steuermann, Backport! Volle Siegel! Sie werden setzen! Kanonen, feuern! Komm, ne? Oh, jetzt wechseln aber vielleicht sogar die Seite. Siegel! Das wird ein großer Sieg für unsere Flotte. Ich muss ein bisschen versuchen, ihm hier auszuweichen. Er versucht mir nämlich gerade eine Breitseite frontal zu verpassen. Ich mache jetzt mal was ein bisschen Gewagtes. Volle Fahrt voran! Volle Siegel! Scheiße! Ha! Das ist für dich! Nur für dich! Der Sieg ist zum... Der kann doch gar nicht mehr schwimmen! Herr Pott! Jetzt, letzte Salve, vernichtende Salve, komm! Ja! Ah! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich bin so... Alter Schwede! Ich bin so erleichtert! Bin echt so erleichtert! Glaubt doch gar nicht! Ey, das... Das hätte so schief gehen können! Das ist... Öl! Jooh! Boah! Tonf! dump! On-baah! Und um! iform! Ja, buů, bumm, 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 bumm! Bum, dumm, 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 dumm! Ja, da... Ja... Ja, das ist schon irgendwie geil. ác sake выше- Und bin natürlich erst für Dich. Ich wette, wir verlieren trotzdem, weil er so viele blöde Landwehr hat. Na, komm. Ja, wir kennen es langsam. Die Kanonen stehen prima. Formieren! Sind das alle? Ach, da vorne stehen jetzt auch welche. Welche sind das? Das sind alles Grenzen, also ein Dreck. Ähm. Komm, hier, äh, hatte ich doch gerade ausgewählt, ne? Ja, da vorne stehen. Alle man in Position! Positionen! Positionen einnehmen! Alle man in Position! Positionen! Alle man in Position! Positionen! 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 Kriegsziel erreicht! Jo! Das Ding nur noch halten, was bei der Masse an Landwehr richtig, richtig dumm ist. Ja, sieht's euch an! Bilden eine Linie! Bataillon, marschieren! Ich probiere es jetzt mal auf eine etwas andere Art. P-Dücü in den Marsch! Objektivung! Ble Eden unsch throne! Söne, römer! gane! Putz auf demie, schro認! Ich probiere es jetzt mal auf! Ich versuche es jetzt mal auf! P-Dücü in den Marsch! P-Dücü in den Marsch! Per 북art! Gut, so alle rauf da Alle immer, schießt, schießt, schießt Scheiße Lass sie alle sterben Hier sind meine Kanonen Oh, meine Kanonen sind schon weg Wunderbar Feuer, Feuer, Feuer 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 Ah, für den Arsch Samba hier Landwehrfeindliche, wa? Gut, warten wir auf, dass unsere Brandenburger hier Das sind die in der Mitte, die angeschlagen sind Eure Männer werden die Schlacht gewinnen Oh, fliehen die etwa? Wieder rein Seid mir logische Leute, ihr Solange die alle allerdings da drin sind Können meine Leute nicht Ja, schießen Okay, nur noch fünf Er hat, ey Ey, weißt du, fünf, ne? 47 gegen fünf Äh, gegen drei, okay 45, Alter Das müssen Spezialtruppen sein Spezialbauern Eure Truppen Zerschmettern den Feind Ja Jetzt habt ihr wieder Zeit Feuer Da sind sie Platt machen So ist richtig Nächsten Die Nächsten Eure Armee Wird siegen Ich bin absolut unsicher Hier oben Unsere Scharfschützen Ähm Ich würde die da hinten gerne Hierhin verlegen Äh Ja Ja Rückzug Das, ihr Russen Jawoll Sieg auf ganzer Linie Naja, fast Schauen wir uns mal die Verlustzahlen an Und, äh, Schlachtergebnis Also das, das war wirklich jetzt der Grund Warum ich gewartet habe Weil Eben Dann Ne Nein Ich will nicht in den Hinterhalt Und da war der Absturz Liebe Freunde Blackscreen Und ich jetzt eben im Nachfahrton Das war's sowieso für diese Folge Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder Wenn ich das Ganze wieder raufgefahren habe Und wir gucken mal An welcher Stelle der Spielstand gespeichert hat Bis dahin würde ich sagen Macht das gut Haut da rein Ich hoffe das war gerade nicht alles übersteuert Bis dahin Tschüssi Und Horrido Bis dahin 好